Sie ist ein ständiger Begleiter zum Erhalten schöner Erinnerungen, die Digitalkamera. Mit einem Mac ist es später auch leicht, unterhaltsame Diashows zu erstellen und diese Bilder mit anderen zu teilen. Aber wer weiß noch Jahre später, wann, wo, welche Bilder entstanden sind. Ein kleiner Anhänger, beispielsweise am Schlüsselbund getragen, ist die perfekte Denkstütze für Fotosafaris und einfach zu bedienen. Mit Networks iGeo versorgen Sie Ihre digitalen Fotos mit echten GPS-Geodaten. Die kleine, ausgesprochen kompakte Hardware zeichnet dabei, solange sie eingeschaltet ist, laufend Geodaten auf, die mit Hilfe der mitgelieferten Software einfach per Bluetooth in Ihre digitalen Bilder übernommen werden kann. So können Sie die Orte-Funktion von iPhoto optimal nutzen. Dabei zeichnet iGeo bis zu 200.000 Wegpunkte im 5-Sekunden-Rhythmus auf, bevor der Speicher des Gerätes voll ist. Dies reicht auch für umfangreiche Urlaubs-, Städte- und Dokumentationsreisen. Wie man iGeo am Mac einrichtet und verwendet, zeigt der nun folgende Film. Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.